Willkommen zurück zu einer neuen Krankheit verseuchten Folge Rock of Ages 3 mit einem Mann, der einen anderen dubiosen Mann beauftragt hat, den Dorfbrunnen meiner Heimat zu vergiften. Und seitdem geht's mir sehr, sehr merkwürdig. Kreis, hallo. Was? Ey, hat er mich aus dem Bett gezogen? Ich bin, ich bin tot. Kreis Industries. Ich bin tot, dank Kreis Industries. Dieser komische Impfstoff, den du da... Funktioniert nicht, Kreis. Er funktioniert nicht. Er tut mir nicht gut. Das ist ein Rimmstoff. Du hast das falsch verstanden. Ja, ich hab ziemlich viel gerimmt übers Wochenende. Gold ist wieder verboten auf dieser Karte von Kreis Industries. So, so. Ich weiß nicht, der macht ja nur... Ah, egal. No Gold. Wie, no Gold. Kreis Industries sagt rein zu Gold. Ey, wahrscheinlich brech ich während der Aufnahme zusammen. Das klingt jetzt witzig, weil ich ein Profi bin, aber... Ja, ja, weil ich ein Profi bin. Ich muss ja auswählen hier. Er sagt dann, oh Manni, so schnell. Na hier, 20 Sekunden. 20 Sekunden, ey. Oh mein Gott. Oh, what? Was ist das? What? Kann ich da schon bauen? Ja, geil. Was ist denn das für eine Karte? Weiß ich nicht. Ich hab die nicht genommen. Kreis Industries Deluxe. Du hast gesagt, hier, der Mount. Der Mount Shabla Gu. Mount Lagu, ey. Unten am Mount Lagugu. Ach, die ist ja voll kurz, die Karte. Die ist mega kurz. Boah, ich weiß gar nicht, wie man hier am besten Existenz ruiniert. Ja toll, da kommt es ja nur drauf an, wenn es erster losfährt, oder was? Voll merkwürdig. Hier ist das Bauen ja voll merkwürdig. Ja, und hier gibt es doch irgendwie keine... Es gibt auch kein Geld. Keine Goldsäckel. Schafsäckel, die nassen fehlen mir. Ich brauch nassen Schafsäckel. Ja, sonst geht es nicht. Oh Mann, ich hab auch noch so einen doofen Ball. Richtig doofen Ball hab ich ja auch noch. Ein doof wie doof man Ball, ey. Richtiger doofen Ball. Doofen Ball? Charles Doofen Ball. Oh, ich hab mir heute so einen doppelten Doofen gekauft bei Doofen Ball. Ist es nicht nice? Sind das Spaghetti und Fleischklöße? Spaghetti, ey. Das sind doch Spaghetti auf der Bahn. Spaghetti-Bahn? Aber ich fahr mit der Spaghetti-Bahn. Oh nein, und der hat dann... Oh, da vorne. Klar, der hat da vorne was hingesetzt. Was? Wer hat denn auch da vorne was hingesetzt? Alter, und ich krieg direkt ne Kelle. Als wär's jetzt was Ungewöhnliches, hä? Alter, es steht noch in die falsche Richtung hier. Den muss ich ausignorieren. Den Knödel. Klar, natürlich muss er wieder Elefanten spielen. Meine Kamera gedreht. Wenn man keine Ideen hat, ne? Dann macht man den Elephant Dance. Elephant Dance, Junge. Emil the Elephant. Man darf ja auch Geld hier, ne, oder? Ja, doch ein bisschen. Und da unten sind Rindviecher. Ach Gott, ne. Ach Gott, ne. Er ist schon am Ende. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Ich stagniere. Was ist das? Ich kann nichts machen. Stagniere? Ne, wirklich jetzt. Ja, Elephant. Crazy Elephant Dance, Junge. Wirklich der Crazy Elephant. Scheiße, dann kommt er ja schon. Komm schon. Oh, was zur Hölle? Geil, Mann. Ich bin an dem Ding zerbrochen. Ja. Alter, wie mies ist das denn? What's wrong with you? Ja toll, aber dann hast du ja eh kein Geld mehr. Jetzt kannst du nur noch zweimal durchfahren, oder was? Ist ja voll doof. Tja, wer durchfährt, gewinnt. Ja, irgendwie schon. Ich kann's Gold nicht einsammeln. Ja, du hast gewonnen. Die Runde geht an dich. Äh, da lag Gold und ich konnte sie sammeln. Er hat den Gold-DLC. Antigold. Antigold. Warum? Was ist denn da los? Hä, ich komm nicht runter auf die Karte. Alter, was ist denn das für ein Ekel? Das ist hier verbuggt, das sag ich dir. Okay. Was geht hier ab? Er bastelt hier, oder was? Na, gar nichts bastel ich hier. Hab ja kein Geld. Für Basteleien. Hier kannst du nicht... Ah, nein! Ey, kommst du nicht da... Oh, fast hätte ich gecheatet. Schön, dass du's zugibst. Oh, ich hätte fast meinen Cheat verraten. Ich gucke nicht so dran vorbei, aber hier nicht. Boah, bei Kreis regnet jetzt wieder Cash auf der Fahrbahn. Ja, du sammelst das aber ein. Nee, nee, konnte ich nicht. Das war irgendwie so ein Astral-Geld. Astral-Dollar war das. Oh nein, Astral-Dollar, ich... Nee. Hä, hier kommst du gar nicht mehr runter jetzt. Das meine ich, aber ich konnte im zweiten Durchschnitt nicht so viel bauen. Na, ich hab halt von dir viel zufrieden, mein Freund. Uuuuuh. Uuuuh. Ein sterbender Mann. Tausend Schaden. Zarte Tausend. Aber da haben wir's wieder, weißt du, vor 30 Sekunden noch so... Ja gut, da wird er wieder gewinnen. Mhm, ja. Ich wusste ja nicht, dass du's so verhaust. Guck mal, da geht er noch in die Gebäude rein. Kennt da nix. Kennt da nix. Premium. Premium-Klaus. Und macht nur 167 Schaden, ey. Ah, wird wieder Premium gespielt. Der muss ja. Irgendwas muss man ja machen, ne? Irgendwas muss man ja mit seinem Premium-Geld machen. Hier, da noch einen. Oh, da ist Premium-Geld. Aber ich kann's dir ja nicht einsammeln. Ich will ja Premium haben. Aber es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Du kannst dir ja nichts bauen. Ich mein, den Eisenball krieg ich eh nicht kaputt. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwie Zeit schinden. Komm schon, Premium-Planet. Der Premium-Planet. Ja, da wird er Premium-Elefanten. Er fliegt hier so völlig ungesch... Wie Fergensteuer durch. Fergensteuer wrongs-DLC. Ja, so... Alter, was steht da unten jetzt alles? Er sagt, er hat kein Geld. Auf einmal hat er irgendwie die Bank von Belarus geplündert. Ja. Die Staatskasse. Da ist aber nicht so viel drin im Moment. Oh, Alter. Elefanten sind einfach grauenhaft. Komm schon, es muss reichen. Es muss reichen. Es muss reichen. Ey, es gibt das nicht. Natürlich reicht das nicht. Ja, bei mir würde es wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht reichen. Du bist ein Panzerball. Ja, und? Er macht aber auch nicht so viel Schaden. Alter, die schießen auch einen Kilometer daneben, ne? Er ist halt nur stabil, aber... Nee, reicht. Hab ich doch gesagt. Ja, ich war voll... Ich war voll geheilt. 193 Schaden, ey. Alter. 200 Max hat der Panzerball, ey. Alter, Alter, Alter. Boah, wie rein, ey. Da merkt man, das Gift im Brunnen, ne? Das wirkt. Das hast du gut gemacht. Das Gift im Brunnen. Hast du echt gut gemacht. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Er musste, er musste einen Menschen vergiften, um sich einen Sieg zu holen. Er ist schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er ist traurig, auf vielen Ebenen. Und das ganze Dorf muss darunter leiden. Aber Greis Industries ist dafür bekannt, das Dorf leiden zu lassen. Ey, ich weiß nicht, wovon der Mann immer redet. Ja, klar, dass er jetzt im Waren ohne Essen, wenn man tagelang Durchfall hat, dann isst man halt manchmal, dann kann man sich Dinge irgendwie vorstellen, die nicht existent sind. Ja, also die Leute haben es ja mehrfach schon betont, wie das alles läuft bei Greis Industries. Gibt ja genügend Leute, die sagen, naja, mein Dorf hat es auch erwischt, Kies. Ist normal. Ah, welchen Ball nehme ich denn hier mal? Schock Ballomon. Nehme ich mal den hier. Der ist jetzt nicht so stark, aber der ist schön. Der macht Spaß. Also wie gesagt, ich kämpfe gerade meinen eigenen Kampf. Nichts zu erbrechen. Und atmen, damit bin ich gerade beschäftigt. Ja, Ausreden, hat mein Chef immer gesagt, sind wie Polöcher. Jeder hat mindestens eins. Schön. Frag mal den Arzt, der hat gesagt, das ist auf jeden Fall eine Vergiftung. Das letzte Mal haben wir das bei Nivalni gesehen. Aha, aha, aha. Mit Krustschock. Vier, drei, zwei, eins. Ah, nehme ich das noch, nehme ich das noch. Ich kann mich nicht entscheiden. Die Hex, ich kann mich nicht entscheiden, was ich noch reinscheaten soll in meiner Auswahl. Ach so, da hat er jetzt. Ah. Na ja, gut, wenn er da unbedingt gehen will. Wenn er das unbedingt machen will, Krustschock. Krustschock, ne, ganz klar. Kein Match ohne Räder, hm? Hahaha. Ne, warum auch? Also, wäre ja Quatsch. Wobei er hier immer so hochfliegt, ne? Das ist so ein... Ja, guck mal, wie er hier Analysen gemacht hat, während ich im Sterben lag. Ja, Wahnsinn. So, dann mache ich hier erstmal wieder einen Glitch. Hahaha. Schön, dass du das alles jetzt so... Guck mal, er schämt sich, er scheniert sich nicht mehr, ne? Gibt das alles zu. Er sagt, oh, use the glitch, my boy. I use the glitch. I'm happy about the glitch. Die Tage der Schande sind vorbei. Glitschen ist jetzt hip. Glitschen ist hip, das machen alle Kinder. Alle große Stars glitschen. Nur noch diese Elefanten. Weißt du, am Anfang bei mir gejammert, äh, Elefanten, Elefanten. Wie kann er, wie kann er. Und jetzt bei sich selbst nur noch Elephant Dance. Jo, macht Spaß. Schön. Ah, hier, zocken. Das sagt ja, sobald ich wieder gesund bin. Ja, das macht keinen Unterschied. Sobald dein Gift, dein Gift nicht mehr wirkt. Meine Gifts. Sobald die Strahlen vom Kreis Industries nachlassen. Ja, wenn ich auch mal fahren könnte, so, ne? Aber ich meine, du bist ja eh schon unterwegs. Guck mal, oh, ich kann immer noch nicht fahren. Jetzt kann ich fahren. Ja, ja. Der, ich darf nicht losfahren, DLC. Guck mal, da geht er in die Bank, yo. Da geht er in die Bank. Da spielt er wieder teuren Schmutz. Alter, guck mal, er ist schwebende Räder. Ey, so ein schmutziges Spiel. Glaub mir, dafür wirst du irgendwann bezahlen. Weil ich kann das nicht. Da beschwert er sich immer, oh, bei mir geht das alles anders. Oh, du bist ja easy durchgekommen. Ich verstehe nur den Unterschied nicht. Weißt du, weil, wenn ich durchkomme, so, dann freue ich mich. Und wenn du durchkommst, beschwerst du dich trotzdem noch. Weil du Glitches-Use, weil ich jemand bin, der auf Fair Play setzt. Ich setze auf Fair Play. Ich kann die Büffel nicht zerstören, selbst mit Faust. Das ist ein Anti-Faust. Ja, gut. Anti-Faust-Büffel. Anti-Faust-DLC. Guck mal, der geht da noch rein. Nimmt einem alten Mann seinen letzten Groschen. Ja, I have to do it. Er genießt das richtig. Das ist die einzige Chance, wenn du fünf Minuten später erst losfahren kannst. Ja, genießt das. Und da noch mal rein. Schmutz, Alter. Richtiger Schmutz, der Mann. I have to do it. I have to do it. Guck mal, Alter, hier unten alles kaputt gemacht. Niemand zwingt dich. Niemand zwingt dich. Er fährt schon wieder los. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Was ist das denn da? Du meinst, das Fairplay-DLC? Tja. Guck mal, Alter, was da alles hochgezogen wird. Jawoll. Kriegt er aber wenigstens ein bisschen noch. Ein bisschen Spaß muss sein. Was er da alles hochzieht? Außen nichts. Ich kann Einheiten spawnen lassen, DLC. Und da baut er. Hä? Ja, mach ich. Ja, ich baue Einheiten. Genau. Boah, ich kann mich nicht bewegen. Stehe jetzt nicht. Oh, da baut er. Da baut er. Voll unfair, wie er einfach Dinge baut. So, das ist ja richtig schmutzig. Lalalalalalalalalalalalalala. Aus dem Krankenbett gezogen. Au, 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 au. Wieso kann ich nicht bremsen? Alter, dieses Spiel manchmal. Als ob der Ball so ein Speedo hätte. Und dann fängst du wieder von vorne an, von der Map. Ah, ne, doch nicht. Glück ab. Die Worte eines fanatischen Mannes. Der Buffalo. Ey, da flog ein Ziegenkopf. Der wollte mich ablenken. Ziegenkopf-DLC. Ja, ja, hat er jetzt auch schon. Hätte ja immer skandalöser, was der Mann alles hat. Oh, guck mal, da baut er. Wie unfair. Wie immer nur bauen. Ich kann nicht bremsen. Was ist das? Keine Bremsen-DLC. Der Bundy. Ja, wirklich. Ha, hat er den Bundy aktiviert. In keine Bundys, ey. Halte die noch ein bisschen auf. Mit dem Wuchtball geht er rein. Der Wuchtball, also. So kann ich ihn hier nicht bauen. Es ist so unfair. Papst Johannes-DLC. Er ist schon am Ziel. Was gibt's denn? Guck mal, wie schnell er da durchkommt. Weil ich einfach nichts bauen kann. Oh, da rollt einfach durch. Und er beschwert sich bei mir. Beschwert er sich durchgehen. Ich hab nicht mal die Kraft, mich zu freuen, du. So, er beschwert sich durchgehend drei Minuten lang. Das steht im Skript. Und dann fährt er so durch. Das steht im Skript, mein Freund. Das steht im Skript, wirklich. Wie gesagt, ich kämpfe gerade damit, dass meine Leber nicht versagt und meine Nieren aus meiner Hose fallen. Das steht im Skript noch verlieren. Weißt du, die meisten sagen ja, oh, ich freu mich, wenn ich gewonnen hab. Aber er fährt durch und dann so, ja gut, aber war jetzt trotzdem voll schwer für mich. Das war mega schwer für mich. Er hat da so unfaire Sachen die ganze Zeit gehabt. Das war schon kriminell. Es war schon kriminell, der Elephant Dance. Das wäre ein einäugiger Halbblinder. Wäre da durchgefahren, ne? Todelloser, einäugiger Halbblinder. Die Wiederbelebungspuppe wäre da durchgekommen, wenn ich die hätte spielen lassen jetzt. Was ist an dem Ball eigentlich so gut? Ah, der hat ein geringes Gewicht. Verstehe. Verstehe. Du meinst den, wo der Koreaner spielt? Nein. Okay, das ist risky, was ich mach, aber wie gesagt, ich bin krank. Ich kämpfe mit dem Tod. Ach komm, ich nehm mal einfach die mit. Hab ich auch sonst nicht dabei. Sag mal, müssen Oberschenkel bluten? Ich weiß es nicht. Ja, ist normal. Was nehm ich denn noch? Oh Mann, ich hätt gern die, aber ja doch, die sind eigentlich immer gut. Die kosten auch wenig. Zum Glück hab ich keine Facecam. Die Leute würden sagen, ey, da spielt ein Zombie. Na ja, gut, würden sie sich doch freuen. Was doch was schön ist. Ah, zum Glück hab ich sehr viele Zombie-Fans. Yay. So. Oh Gott, wie ging die Karte nochmal? Die hab ich wirklich schon lange nicht mehr auf dem Schirm. Und hier noch was hin. Mano, ich brauch Geld. Na gut, die stelle ich erst mal erst mal noch da hin. Oh komm, 90 Dollar, ey. Okay, okay. Da liegt noch was. Da liegt noch der Money-DLC. Den hatte ich ganz vergessen. Don de Money. El Don de Manese. Oh nein. Da hab ich, glaub ich, den, den absolut falschen Ball. Oh mein Gott. Ich kann ja nicht mal so ein Ding zerstören. Das war's. Alter. Elefanten. Zerstören. Alles. Ich guck mal, ich, ich spawn nicht mal wieder. Ja, und der muss ja auch erst mal gebaut werden, der Felsen, ne? Nein, nein, ich mein, ich bin ewig noch drin als, als lebendig. Alter, da spielt er den Engel. Heute wird hart unfair gespielt. Don de Schmutz. Ich weiß doch meistens nicht mal, welche Map kommt. Weißt du, woher soll ich... Ich such dir ja nicht aus. Was soll ich denn wissen, was ich für ein Ball nix habe? Was auch ne, Gold. Mit uns ein bisschen auf die Welt gekommen. Ja, hab ich grad wieder ein bisschen HP dazu bekommen, als ich gelangt habe. Oh, schön. Schön. Hab ich mich geheilt noch schnell? Beim Rambolen. Beim Rambolen, ey. Boah, da musste ich Highspeed mäßig durch. Als ob, er war genau drin eigentlich, ey. Er war eigentlich, war er genau drin. Alter, ich muss jetzt alle meine Strats rausholen. Die unfairen Methoden, ja. Die sind schon unfair. Alter, wie er mir da noch in the air tonight gibt. Was? Den Goldsäckel hier, den nehm ich aber, Junge. Was zur Hölle geht hier ab? Der Scharfsäckel, du. Der hat einfach einen nassen Scharfsäckel. Ey, wie kann er da eigentlich einfach so durch? Skill. Der Cheat-Mode 3000. Der Cheat-Man 3000. Nussspender. Hat er sich das Tool wieder gekauft. Hat er sich das Tool wieder gekauft, ne? Tool. Du bist so ein lustiger Typ, ey. Du bist ja ein ganz lustiger. Nein. Oh, geil, ey. Danke, Windmühle. Danke, Windmühle. Danke, liebe Windmühle. Oh, Scharfsäckel. Die nassen. Ist er schon so weit? Es geht nicht kaputt. Die Airship. Komm schon. Immortal Airship DLC. Immortal Airship DLCs hat er, ey. Ah, kürzt der hier um die Seite wieder ab. What the hell? Alter. Der tat weh. Guck mal, der Elefant geht auch nicht kaputt. 300 Mal muss man gegen ihn springen. Dann hat man vielleicht die Chance, dass er sich Zentimeter bewegt. Ich hab schmutzige Dinge gesehen, aber das? Das war South Philly Dirt. South Philly, Alter. 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 Elefanten sind ja Übelst der harte Shit. Aber er fährt einfach durch. Er steht für 5000 Dollar stehende Einheiten. Und das interessiert ihn nicht. Wenn man... Er kann einfach durchführen. Ey, du gewinnst die Runde so oder so. Wo denn? Wo denn? Wo gewinn ich denn gerade? Ich bin am Anfang zerstört worden. Wenn wir jetzt alle Runden aufzählen, wo du sagst, ja, du gewinnst sowieso. Und dann hast du... Ja, weil ich das nicht verstehe, dass du da nochmal dann verlierst. Das waren dann immer so Dinge, wo ich gedacht hab, hä, wie ist das möglich? Das hat auch aus Mitleid getan. Ja, weil du deine eigenen Shits nicht kennst. Oh, was? Alter! Weil ich meine eigenen Hacks nicht kenne. Wie weit der Büffel gelaufen ist. Zwei Runden schafft er keine drei Schritte. Und jetzt rennt er einfach über die ganze Karte. So, äh, eigentlich stehe ich kurz hinten vorm Ziel. Aber ich ramm dich trotzdem hier mal kurz weg. Ui. South Philly, Junge. Oh nein! Mr. South Philly. Noch einen Blitz-O-Canon gegeben. Oh, da kommt er nicht durch. Nee, kaputt. Kommst du nicht durch? Was soll ich denn jetzt mit 500 Dollar bauen? Ich hab so viel Geld, ich weiß gar nicht, wie ich es ausgeben soll. Ja, sag ich ja. Sowohl im Real Life als auch so. Im Real Life wünschte ich, es wäre mal so. Wär ich reich, würde ich nicht schwer krank arbeiten. Alter. Alter, hier oben. Diese Elefanten. Diese Rotz-Elefanten. Guckt euch das an. Sehr schön, ne? Das ist ein bisschen verrechnet, hä? Solchen Methoden. Guck mal, du kommst dann auch direkt hier rein und wirst wieder rausgeworfen. Und da bejubelt sich jemand über solche Methoden dann. Wenn ich's mach, unfair. Wenn er's macht, ja, das ist lecker, das ist normal, das ist ganz normal, das ist Kindergarten einmal eins. Bisher hab ich noch gar nichts gesagt, bisher konzentriere ich mich darauf, dich irgendwie zu erwischen. Keine Chance. Ey, den Blitzschutz wusste ich ja, dass der existiert, ne? Aber dass da auch gleich der Reinschutz existiert. Alter, die schießen immer noch drauf. Ich hab noch nie so viel Hass in Einheiten erlebt. Die nassen Schaufsäckel, du. Au! Ah, geht da easy durch. Naja, so easy war das jetzt echt nicht. Easy hatte das jetzt auch nicht mehr viel zu tun. Ey, boah, haben die mich einfach geschubst? Die Elefanten sind einfach too strong, du. Einfach viel zu strong. Ey, der eine schubst mich hier auf den anderen, Junge. Boah. Ne, das ist zu übel. Elefanten sind einfach zu übel. Ja, gut, aber du kommst doch gut durch. Du kommst doch durch. Er zerlegt, ey. Läuft doch. Bin komplett frei, aber ey. Sieht doch gut aus. Shit. Oh, er hat dennoch getroffen. So eine Kacke. Kein Damage. Kein Damage. Aber da kann ich nix mehr, ich kann hier nix mehr hinstellen überall. Aber hier. Mann, Mann, Mann. Der Sterbende, Mann. Dein Boy. Seine letzten Nüsschen. Ja, man kriegt ja immer noch tausend Nüsschen, wenn man neu startet. Hätte ich den Blitzel besser eingesetzt, den Josef? Ja, da ist er durch. Das schafft er. Ich hab nix mehr groß bauen können, was jetzt irgendwie wirklich strong ist. Er hat trotzdem nicht runtergefallen. Da ist er durch. Fällt gerade runter. Da ist er schon. Ich bin auch runtergefallen, weißt du? Hätte ich ja nix dafür. Ja, aber ich sag nicht, oh, jetzt hat er gewonnen. Oh, jetzt hat er gewonnen. Ich hab nix mehr groß bauen können, was zur Verteidigung dient. Ja, gut, aber... Bin er einfach Realist? Ja, gut, aber verteidigen tut's ja trotzdem. Also ich versteh jetzt immer den Sinn dahinter nicht. Ich bin doch jetzt auch noch nicht durch. Weißt du so? Oh, wie viele Bullen? Was zur Hölle? Woher hat er auf einmal noch das ganze Geld für irgendwelche Bullen? Ja, geil. Alter! Ne, Infinity Airship. Ich bin kaputt. Infinity Airship. Ich bin kaputt. Ich komm nicht hoch. Kaputt. Ey, ich komm an den Bullen nicht vorbei. Infinity Airship hat er hier. Geil, Mann. Und er hat hier den Endlos-Bullen. Schau dich das an, die Bullen. Geil, Mann. Die Mühlen der Gerechtigkeit. Genau an der Stelle, wo dich aber auch gerade hart gesenkt. Die Mühlen der Gerechtigkeit. Vergiftet einen Brunnen und trainiert dann durch. Ich hätte ja noch viel zu viel Geld. Ich hätte noch viel mehr bauen müssen. Verdammt. But I want to do the time things, Bums. DLC. Jetzt zählt er noch die Zeit. Airship down. Also ich krieg's vom Airship hier direkt eingeschenkt. Und wieder... Ah, geht er durch. Alter, dieses Katapult schießt auf einen, wo man 10 Zentimeter davor ist. Was ist das für ein Infinity Airship-Katapult? Da, hier, jetzt wieder. Jetzt ist Airship. Boom, boom, boom. Kannst gar nichts machen. Ah, aber du bist noch gut in Schuss. Ja, aber du kommst ja trotzdem easy hoch. Ah, Buffalo. Der Buffalo will. Der wilde Buffel, Mann. Weiß ich, ja, ja, ja. Falls ich nochmal fahren muss, ja, muss ich. Ja, komm schon. Er schafft es. Boah. Guck mal, ey, mit einem Krümel. 90er Schaden, ey. Trotzdem. Und ich krieg noch einen Error. Naja. Ich krieg wirklich einen Error. Mein Bild ist eingefroren. Oh, da geht er raus. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen jetzt. Also, wir fassen zusammen. Er hat einen sterbenden Mann bezwungen. Greis hat mich krank gemacht. Die Produkte von Greis Industries kauft sie nicht. Nach Monaten hat er jetzt endlich mal geschafft, wieder zu gewinnen. Ich krieg nicht mal mehr die Punkte, weißt du? Ich krieg nicht mal mehr die Punkte jetzt. Ich kann ja nichts dafür, dass du immer Errors raushaust. Beim vier ist Error nicht bei mir. Da ist ja immer so ein Delay, weißt du? Er denkt so, ja, schaffe ich das noch? Lieber noch den Error knüppeln. Lieber noch den Error knüppeln. Durch diesen Delay hättest du halt nicht aktiviert. Aber egal. Ich werde jetzt zusammenbrechen. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Mein Arzt hat mir verboten, Tschüss zu sagen. Deswegen Tschüss. Ja, Wiedersehen.